Hallo und herzlich Willkommen zu Hellblade, Senua's Sacrifice. Ja, und Senuas Gesichtsausdruck entspricht genau meinem eigenen. Ich muss hier in Dunkelheit balancieren. Das ist nicht witzig. Es stöhnt. Die Schmerz. Die Dunkelheit ist Testung. Du bist in Kontrolle. Meine Fresse, ey. Das ist absolut Mies. Die Dunkelheit ist Testung. Du bist in Kontrolle. Die Dunkelheit ist Testung. Die Dunkelheit ist Testung. Die Dunkelheit ist Testung. Ich bin ja am Rudern, ne? Die Dunkelheit ist Testung. Das ist die Dunkelheit. absolut schlimmste 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 scheiße ich da sind vier nein, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab bitte, nicht, nicht nein dillian, ist das du? ich kann eine licht sehen ja, ich kann dich auch sehen der verarscht mich doch, der dillian ist ja alles cool so 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 absolut schlimmste prüfung absolut schlimmste prüfung absolut schlimmste prüfung been so so but so 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 So, Dillian hat mir geholfen. Ich habe das gemacht. Und die Sorge wird mir zu ihm liefern. Wie, als wir uns erst kennengelernt haben. Aber ich muss sowieso zurück, ne? Ich muss halt das Schwert holen und dann muss ich sowieso zurück. Weil da ist ja die komische Tür. Dann können wir auch das Schwert holen. Boah. Vierer. Vierer. Ja. W Pipon. Boah. Viele. Johan. Jäger. Tja, drei rote, halber sehen, das ist schmies. Dillian hat die Kraft für die Krieg zu gehen. Sie ist weg. Grandma hat sie verlassen. Ich bin ein Krieg in Dillian. Die Klappe ist weg. Die Klappe ist verletzt von den Gästen Dothen. Geh es. Sie hat es hier verlassen. Er will. Er will. Er will. Er will. Er will. Er will. You will pay a price for this. Super. But years later, with Zin-Bell's parting words still holding her, the darkness came back with a vengeance. Super. Wie ist das nun? A plague... Daliant? Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. Till then. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have blood on your hands! They're coming for you now. They're coming. They're coming to get you. Super. Endlich mal wieder fighten. Hold your heavy strength. Hold the heavy strength. Hold the heavy strength. At least the sword. Should I hold a heavy strength? She can release inside her. Okay, come, come, come run. Okay, she's not going to go. Remember your timing. For me. Focus is on your back. Come out. He's gone! She's scared. She's scared. No one can. No one can. Finish them! Finish them! Finish them! Finish them! Finish them! In the sea of corpses, the corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone a secret. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. Do you hear the suffering, Zenoa? No one can. Never go. She's not at all. She's not at all. She's not at all. She doesn't know where she's going to reach. She's too scared. Oh. Was for a nightmare. Do you hear the suffering Zenoa? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their pitred wounds? They were once brothers, sisters and loved ones. And look at what you have done to them. All because you are a coward because you battled from your curse instead of facing it. When you turn your back on your father Zinbel, you turn your back on the gods and let the darkness wreak out upon your people. Why must they pay for your heresy? Wie lange hält der Fokus? Nicht lange genug, alles klar. Alter! Alter! Now the fort! What will you become of being the star Satanist? Stay down there, guys. Number two. We'll be right back to America. Now the strong Yeti celebrate nothing to you. We are going to burn unexpected. No true thing. The Hearthrat takes war, We are coming every element into our ship. The Gutenberg regions to the weak equip with both meaning and appealing After the earth to the others are less likelyply punished, It's a good For the others! Zeus will create evidence of many well which symptoms Bozes. Achso, wir haben ihn schon Was ist los, Degen, Spock? Sie wollen es? Wer ist es? Wer ist es? Galina? Wo bist du? Du hörst, Zimua? Es ist... Du hörst du die Musik von deine Mutter, Galina? Sie nennt sie, Zimua. Sie nennt sie, Zimua. Sie antworten ihr schreckliches Geist. Die Schmerzen hat ihre Leben und sie wird... Sie wird... Sie wird... Sie wird weiter und weiter... Sie wird hier. Die Schmerzen ist hier. Mögen! I need you! Help me! You both are dead. You both surrender to the voices. Your dear beloved Ma was powerless against the darkness when it came for her. She, too, had a sight. She, too, doubted the gods and let the darkness infest her. But she didn't run. She escaped the only way she would have. She gave her life to the gods. If only you had done the same, the world would have been spared this horror. It's not too late. She's calling for you. Why don't you join her? I paid very much for you to have a full destroyer. Let's go. I don't know what the hell is waiting for. I'll do it to her. I will have an answer to her. Three! Three! Two! Three! Three! Okay Drei Stück Fuck, 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 it's not so hard Echt gut Echt gut Wait, 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 wait Wait Hey Get up, quick Da bin ich ausgewischt Da bin ich hinter dir! Es ist fertig! Take him down! Take him down! He can reach! He can't kill him! Oh wow! Um... Tock! Da bin ich! Da bin ich! Wo ist er? Oh, ach da. Oh. Oh. Take him down. Take him down. Move it, yes. He's gone! Axtman? Das war's. WDR mediagroup WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 WDR Du hast beide angefangen. Du hast beide zurückgebracht. Die Schmerz hat dich genommen. Galina und Sim. Du hast verloren. 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 Es ist der Ende. Der Ende für dich. Es wird dich an deine Mutter. Du hast verloren. Du hast verloren. Du hast verloren. Was für ein Albtraum. Du hast verloren gehabt. Nicht auf mein eigenes Leben. Wo bist du, Mutter? Ich möchte mit dir sein. Die Nacht, sie hat sich auf ihre Welt gelegt. Um in den footsteps ihrer Mutter zu folgen. Zu gehen zu einem Ort, wo die Schmerz nicht reachte. Senua. Schau mich an. Do you hear them? Sie sind auf mich. Wir haben so viele verloren. Und ich habe meinen Vater verloren. Ich kann dich nicht verlieren. Du hast gesagt, ich habe Blut auf meine Hände. Ich habe nicht gesagt. Du hast nichts falsch gemacht. Zimbel war richtig. Jeder wird zuvor. Zimbel ist ein Fake. Er ist ein Fake. Er ist ein Hateful, bitter Liar. Er ist Poison. Und seine Worte still haunt you. Wer do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us? Er ist ein bisschen zufrieden. Er ist noch nicht. Er ist noch nicht. Er ist noch nicht. Er ist noch nicht. zwischen uns. And she gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help. A little hope. This game is so intense. Even if my arm is black. I am happy that I have it on it. We are going to balance ourselves. Selma. 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 We are here. Hello. 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 I'm here to help you. Selma. Selma. We're here. We're back. We found her. We found you. Selma. Where have you been? Here she is. Don't worry. This is why we're here to help you. You don't have to do this on your own anymore. You need us. We were worried. We're here to help you. You need us. So worried. Silence feels lonely. We didn't know where you'd go. We're here to help you. We're worried. You can trust us. Trust us. Trust us. Selma, it's us. We won't leave you. Hello. Don't leave us. We're here to stay. She needs us. She needs us. She needs our health. She always does. We found her. We found her. We found you. Here she is. We're back. Don't worry, Selma. We'll look after you. Don't worry. Sexual. You're safe. She's safe now. You're always safe with us. She needs us. You've done so well, Selma. You've come so far. Listen, Selma. Listen. You've done so well. Listen to us. When we talk to you. Listen, Selma. We're here. We'll help you. We're here to help you. We're here to help you. We'll help you go even further than you've been before. You don't have to do this alone. There's a way in. Into the mountain. Can you see it? Shall we tell her where to go? So far. Go on. Look. Just up. Listen to us. That's it. Shall we tell her where to go? Shall we? Does she know which way to look? Does she know her way into the mountain? Oh, isn't she? So clever. Did you miss us? Oh, she did. Oh, she did. Go back. She's so... Go up. Go up. Go up. Go up into the mountain. Ja, ja. Ist ja gut. Ich geh hoch in den Berg rein. Die Stimmen sind ja wie YouTube-Kommentare. Bei anderem, nicht bei mir. Verdammt! Ich... hab gefailt. Hab das Ding nicht gefunden. Es ist eine Tür. Du kannst es tun. Du kannst es sehen. Geh weg. Ich hab nicht gehört. Mach auf hier. Mach auf. Mach auf. So. Welche Abgründe deiner Seele erwarten uns denn hier? Enter the Mountain. Trophäe erhalten. Die knallen aber in dieser Folge nur so rein, die Trophäen, ne? Ich erzähle euch ein großartiger Hero named Sigurd. Son von Sigmund, nicht mehr. Sein nach seinem Vater, Sigurd ist für den Dwarf, Raine. Aber Raine ist nicht lieb. Ich bin nicht, wie er aus dem Dwarf gibt. Sondern der Dwarf hat ihn im Grunde genommen. Aber er ist nicht so weit, wie er seine Trophäen hat. Aber Raine hat ihn nicht so weit, wie er so weit ist. Aber Raine hat ein großartiger Hecht ist. und von dem Ehren in seinem Herzen hat er sich in eine dunkle Kreatur. Ein Drogen. So eine never come back Stelle. Ich kann sie. Ich kann sie. Aber Sie können es fühlen. Sie können es fühlen. Ich kann sie nicht mehr. Was ist das? Ein Great Beast guards Helheim. Garm ist es Name. Und es weiß, dass du hier bist, Senua. Es kann sein, dass du dein Stink. Was hast du Angst, Senua? Wie würdest du sagen, Dillian? Wie würdest du sagen, Dillian, wenn du zu großartig bist, um in den Schatten zu stecken? Sie können mich nicht stoppen. Dann mach es! Gehen, run, run, run! Ich renne, ich renne, ich renne. Da ist verschlossen. Ganz im Ernst, Senuar, was ist mit dir nicht in Ordnung? Ohne Scheiß, Psychosen sind eine Sache, aber was soll das denn hier? Ich muss da einen Anhaltspunkt kriegen. Ihr könnt mich doch nicht einfach hier nur ins Dunkel werfen und dann einfach lauf. Ja lauf halt. Toll! Und der Arm wird wieder scherzer. Der Arm wird wieder scherzer. Schöne Sache. Bye. Senuar, ich brauche ein bisschen Hilfe von dir. Wirklich. Wir haben ein Feuer. Ja, da hinten ist Licht. Das kann ich sehen. So weit sind wir schon. Okay, wir rennen einfach. Ja. Denk ich mir. Okay. Da ist ein Hund drüber. Ja, da haben wir wohl Licht schon gesehen, aber... Ja jetzt, tried and error. Ich muss irgendwie... da hinten brennt eine fackel da ist ein licht aber ich komme ja nicht weiter da kommt ab so oft zu fackeln aber wenn ich fackel tragen dass sie hier aber es ist mir es ist es ist es ist Das ist nicht her. Sie sind so full of hate. Sie sind so full of hate. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. But they say that I'm already dead. And they won't be with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen to them. Do you see them? Do you see their faces? He's coming! Senua! Help me! Get me out of here! Don't go! Where is she going? She's disappeared again. She shouldn't be here. She escaped the darkness. She took her own life to escape it. She can't remember when it started. When her mother lost her smile. Her eyes gazing past her towards a world she could not see. This is what happens if you reach for the underworld. He said. It was a lot taken for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father. We are in Baal. I think I just didn't want to risk her to escape. But it doesn't matter now. Does it? So, so, so. Fertig. So, Freunde. Engel leise. Ich bin an meinem Limit. Deswegen, also wir hätten noch 5 Minuten. Aber da war jetzt gerade ein Speicherpunkt. Ich habe eine Fackel in der Hand. Was mir mit einer gewissen Sicherheit vermittelt. Die wahrscheinlich komplett nutzlos ist die Fackel gegen Fenrir. Oder Garn. Oder welcher Hund auch immer uns da jetzt jagt. Nur ich bin, äh, ich bin an meinem mentalen Maximum gerade angeleitet. Ich brauche eine Pause. Und von daher, seid mir nicht böse. An dieser Stelle ist Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Spiel ist, ist der Knaller. Ist der Knaller. Aber ich mache mir, äh, wisst ihr, zwischen, zwischenzeitlich habe ich gedacht, oh, läuft ganz gut. Die Kämpfe funktionieren. Läuft gut. Weißt du, und dann kommt der Balken. Und jetzt habe ich einen schwarzen Arm. Jetzt stehe ich schon wieder komplett unter Strom. Weil ich Angst habe, das Ende von dem Spiel nicht zu sehen. Und ich würde gerne das Ende sehen. Ich würde es wirklich gerne sehen. Na, deswegen. Und, äh, von daher sind, sind, sind ausreichend Pausen, äh, angezeigt. Damit ich meine Konzentration nicht verliere. Ich wünsche euch was. Bye, bye.